Das ist ein schönes Schild. Drop von Mobs. So. Ja. Ja, dann gehen wir wieder runter jetzt, oder? Ach nee, ich muss mir noch eine Rüstung machen. Eine Rüstung? Wir gehen... Ich höre schon ganz viele Leute, die... Ich sehe schon ganz viele Kommentare. Drop! Drop schreibt man mit P und ich mit B. Wofür brauchst du eine Rüstung? Ich weiß nicht mehr, wie man eine Rüstung macht. Wir brauchen keine Rüstung. Oh, ich brauche eine. Wir gehen nur... ...hacken da unten. Oh, habe ich es mit B geschrieben? Ja, du hast es mit B geschrieben. Wie die Drops. Ja, das war der Gag dahinter. Das war mit Absicht. Ja, das war ich ein. Aber wieso verschwindest du das ganze Eisen? Wir haben eh nicht mehr so viel. Das war mein, das hatte ich schon ganze Zeit. Ja, und? Wir wollen auch noch eine Mein-Kart-Bahn bauen. Ich habe noch 21 Blöcke. Wo soll ich die hinpacken? Wo ist Eisen? Ich habe vorhin nicht gesammelt. Da. Ne, doch nicht da. Ich habe auch noch 13 Eisen. Wo muss das hin? Da. Hier steht Eisen und da... Oh. Cool, dass ihr jetzt hier Fleisch zu Eisen packt. Finde ich gut. Essen steht da dran. Ich meine, es ist ja auch Eisen drin. Da steht... Ja. Oh, ich habe Eisen gelesen. Hier hinten. Ich brauche eine Brille, weil die lieben Leute... Aber ich habe Barren und keine Mineralien. Ist das egal? Pack es, pack es halt rein. Oh, Diamanten sind da auch schon drin. 22, ey. So, dann gehen wir jetzt runter. Los, komm. Meinst du, ich werde mir noch eine Spitzsacke machen? Ja, du kannst ja hinterher kommen jetzt. Wir gehen jetzt. Da. Wo willst du denn hin? Hier ist. Denk geht zur Treppe. Achso. Dann mach doch mal hier ein bisschen Platz, damit man reinkommt. Ich weiß nicht, wo wir hier langen müssen. Aber wir müssen hier auf jeden Fall langen. Seid ihr hier runter, ja? Ne, wir sind nach rechts. Die Treppe runter und dann rechts rein. Ähm... Ähm... Äh... 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 Ne, das ist falsch. Ich glaube, wir müssen da lang. Oh, ich weiß, wo wir sind. Aha! Hier habe ich letztens ausgeleuchtet. Dann fände ich es auch falsch gelaufen. Ja. Warum sind wir nicht obenrum so Treppe reingegangen? Warum nicht? Ich weiß nicht. Du hast gesagt, wir sollen hier rein. Ähm, ich weiß auch, wo wir hier rauskommen, wenn wir nach oben gehen. Wir wollen ja nicht nach oben, wir wollen ja nach unten. Ja, dann gehen wir weiter nach unten. Machen wir auch. Äh... 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 Fam? Wir verlaufen zu Tode. Hier kannst du 30 Folgen aufnehmen und du findest vielleicht drei Sachen, ey. Du musst schon in eine Höhle gehen, die du findest irgendwo am Rasen. Dann gehst du runter, dann findest du so viel. Ja, ja. Mal kurz zum Fanny. Äh... Komm, wir gehen jetzt mal wieder zurück. Pass auf, komm mal, komm... Komm mal zurück. Komm mal zu... Komm mal zurück. Was ist denn hier oben? Vielleicht geht das hier hier her. Wasser läuft schon vor. Ja, ich geh jetzt einfach da hinten über der Treppe hoch. Alles gut. So, hier, ich bin richtig gelang. So. Ich stehlaufe. Ich folge... Ich folge einfach deinem Namen. Gut. Da kommt noch welche. Ey, 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 ey. Fehlt nur der Fanny. Ich folge nicht, gut Langmut. Ja, gut. Wir gehen die Treppe runter und farben dann unten. So. Was gibt's denn hier unten überhaupt noch? Ich dachte, das ist alles totgefarmt schon. Wir gehen einfach hinter die Treppe. Oh, pass auf, Lava, Lava. Ui, ui, ui. Hinter die Treppe, zack. Gucken wir, ob es noch hier was gibt. Hier gibt's noch Kohle. Da oben gibt's noch Eisen. Unterhalb der Treppe, also. Rechtsrum. Wenn du runterkommst. Fee? Ja. Hier ist der Eingang. Komm. Und wo bleibt ja der Fanny, der... Ich bin schon hinter euch. Ich bin schon da. Okay. Also wollen wir jetzt nur farmen, oder wollen wir es auch so farmen, dass wir gleich eine Monsterfalle rausbauen können? Ja, aber... Ja, wo willst du denn so einen Monsterspawner herkriegen? Du brauchst für eine Monsterfalle nicht unbedingt einen Spawner. Du brauchst nur viel Platz. Da kommt ein Skelett. Dafür sind wir dann aber zu tief. Weil die muss höher anfangen. Wo ist das? Da bist du! Ja, stimmt. Wofür sind wir denn hier? Ich muss... Siebzehende, wieso? Man kann das schon hier machen. Nee, die muss ja höher anfangen und dann die Sachen runterspülen und häckseln. Oder gar kein Häckse. Nee, wir machen das Wende mit Lava und ähm... Oder... Und das machen wir dann ganz oben. Wir lassen die Mobs einfach mit einem Mobfahrstuhl hochfahren. Das ist übrigens der... Der Traum einer jeden Frau. Ja, wenn ihr eine Frau beglücken wollt, dann bringt ihr bitte keine Blumen mit, sondern ein totes Skelett in euren Armen. Mit... Also, äh... Erstmal, wenn ich denn Let's Plays gucken... Hä? Alter! Unter meinem Haus, in meinem Let's Play, ist ein Mobfahrstuhl. Da ist ein Lava. Hau mich da doch nicht rein. Da ist ein Lava. Ich kann dir jetzt auch gerne erklären, wenn du willst. Pass auf, du machst einen Schacht, der zweimal zwei ist. Also vier Kästchen, ne? Ach, ist das denn eigentlich nicht? Mein Mobfahrstuhl funktioniert. Und dann machst du, ähm... Du stirbst gerade in der Lava. Sehr gut. Und dann machst du eine Reihe... Ich habe Wasser einmal dabei. Komm her. Ja. Da hinten ist auch Wasser. Ich bin echt tot. Ich bin tot. Ja, zu spät. So, auf jeden Fall, äh, machst du, ähm... Ne? Vier mal vier und das machst du einen ganz hohen Schacht. Und dann machst du alle zwei Ebenen Schilder und alle zwei Ebenen Wasser. Und wenn die Mobs ins Wasser kommen, fangen die an zu springen und hüpfen automatisch eine Ebene höher. Und dann kommst du irgendwann oben an. Das ist ja interessant. Ja. Dann lassen wir es uns das doch machen und nicht so planlos durchs Weltraum planschen. Ja, ich weiß nicht, die wollten ja jetzt hier fahren und nicht, ich weiß ja nicht, was sie machen wollen. Ne, ich denke, den Mob extra bauen. Ja, pass auf, dann bauen wir die doch... Dann gehen wir ganz woanders hin. Ich würde sagen, dann gehen wir nämlich unter unserem Haus runter, weil da haben wir schon mal einen großen Raum, wo wir einfach eine größere Fläche ausbauen können. Kommt ihr... Und der hat mir gerade so Zeug wieder eingesammelt. Sammelt mal Fennys Zeug auf und dann gehen wir mal wieder woanders hin. Wir machen das mit Slash Home, dann gehen wir schneller. Kann man einmal hier noch so die Böcke davon Fenni mit aufheben? Also habt ihr alles, ne? Hier liegt ja nichts mehr rum, ich sehe nichts mehr. Dann machen wir Slash Home. Dann kommen wir ja oben raus, sollten wir eigentlich... Ja. Alle da? Irgendwo? Ich war auf dem Balkon. So, dann treffen wir uns alle nochmal kurz vor unserem Haus und dann... Ja, da seid ihr ja schon. Nur ich bin nicht da, gut. So, dann gehen wir unter... Hab ich jetzt mein Zeug? Was hattest du denn? Ich hab was. Ich hab nichts mehr aufgehoben von... Feuerstein. Nee, aber ich hatte zwei oder drei Spitzhacken. So eine habe ich halt schon. Eine hatte ich aufgesammelt, das war es aber auch. Also... Eisen... Schaufel... Axt... Eisenspitzhack habe ich auch eine. Ja, Spitzhack war die, glaube ich. Egal, mehr brauche ich mehr. Jetzt kann ich mir wieder so farben. Warte, zau... Oh, ich hab das erste Mal... Nee, das sag ich jetzt nicht. Ich bin so dumm, egal. Ich bin Mr. Strahlemann. Uhu. So, wollen wir jetzt unter das Haus gehen? Nein, los. Rio, kommst du? Jupp, 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 jupp. Oh, hier ist noch ein Fluss hier, da falle ich natürlich rein. Kann ich schon mal nass machen, wenn du gleich Lava hast? Ich hab ja einen Wassereimer dabei, ist kein Problem. So, dann gehen wir hier runter. Wer hat Hunger oder hat sich Fatzker verletzt? Ich hab mich verletzt, aua. Pflaster! Das Brot hatte ich auch noch mitgehabt. Lenny, sofort ein Pflaster raus. Sanitäter. So, ich will sagen, wir nehmen einfach diesen Raum hier, weil er ja schon groß genug ist. Und bauen den einfach... Ich hasse... Ich hasse diesen Gang hier. Und bauen den einfach weiter groß, weißt du? Und dann machen wir hier aus den... Du bist immer da oben gegen diese blöden Blöcke. Ja, wir machen das einfach hier ein bisschen größer. Hier sind schon genug ausgeholt. Hier müssen wir nicht mehr so viel machen, das wird schnell ziemlich groß werden dann. Das wird unseren Spawningraum dann... Raum. Der Spawningraum? Ja. Genau. Also einfach mal so ein bisschen, äh... Ich glaub, wir müssen aber auch nur drei hochbauen. Und wir müssen jetzt nicht, ähm, höher als drei machen. Ihr habt schon mal alle Monsterfalle gebaut oder so? Ne, ne? Ne. Achso, ich schon. Na gut, wie viele Monster da jetzt drin spawnen, das hängt natürlich davon ab, wie groß wir das Ding bauen. Ähm, und du hast dann bei der Mobfahrstuhl auch einzelne Plattformen gehabt, die mit Flüssen alle zu dem Mobfahrstuhl gingen, oder was? Ja, ja, das kann man so machen. Ich hab das bei mir jetzt nur mit einem Spawner gemacht, aber das geht natürlich... Ich überleg grad, ob das hier so sinnvoll ist, wenn wir das hier machen, weil wir kommen hier unter diesem großen Haus raus. Was ist das für ein Haus? Das ist nicht unser Haus. Ich glaub, das ist das Haus von Leon, wenn wir jetzt hier oben rauskommen würden. Das ist natürlich schlecht. Obwohl, dann können wir... Dann können wir den Tötungsraum unter Leons Haus bauen. Oh, das ist doch gut. Und dann kann Leon darauf aufpassen, wie ein Wachhund. Unser Wachschwein Leon. Ja, irgendwie so, das wird schon ein Wachschwein Leon. Genau. Ich glaub, es ist Leons Haus. Müsste aber eigentlich, wenn ich so sehe... Und dann pflegt es Alarm. Das ist Rips Haus. Das ist dieses kleine mit dem Wasserkram. Das müsste Leons Haus sein. Oder ist Leons Haus das ganz vorne auf der Ecke? Ich weiß nicht, welches Haus ist. Ist egal. Ich glaub, zu fünf kriegen wir das ganz schnell gebaut, oder? Hat übrigens noch jemand ein Wasser einmal dabei, oder nur ich? Ich hab keinen dabei. Weil wir brauchen nämlich eigentlich zweimal Wasser, sonst wird das nix. Wir brauchen nur drei hoch, Fee. Ups. Ja, jetzt egal. Das ist jetzt Teil. So muss das, das ist hüpfen. So. So, und wer jetzt sich langweilt von den Zuschauern, ihr wolltet es so. Guck dich. Richtig, und wir halten jetzt alle auch schön die Klappe und unterhalten euch nicht mit unserem blöden Gelerber. Genau, das wäre auch voll langweilig. Mein Willem ist wir jetzt genießen so. Man muss ja auch mal was vom Spiel sehen, also gerade bei Minecraft, das ist besonders wichtig, finde ich. Diese Programmierarbeit muss einfach gewürdigt werden. Apropos Programmierarbeit, habt ihr mal Minicraft gespielt? Nee, auf mein Handy habe ich das gespielt. Ist sau lustig, oder? Ja. Ja. Ist ja, ist Minecraft in 2D. Und... Also wer nicht weiß, wovon ich rede, der Notch, der hat an einem Webteil-Web teilgenommen. In 48 Stunden ein Spiel programmieren. Und in diesen 48 Stunden hat er Minicraft programmiert. Das ist quasi Minecraft in 2D, so eine Ansicht wie die alten Pokémon-Spiele. Und es gibt sogar eine Story und... Was ist denn hier für ein Loch? Wo geht's denn hier runter? Nee, und auf jeden Fall... Mach ich zu. Die Halle. Ja, genau, das hat er da programmiert. Und... Minicraft. Einfach mal nach Minicraft googeln, das kann man freispielen. Kann man sogar im Browser spielen, muss man nicht runterladen. Ja. So als Kleiner. Ich werde direkt mit einer Spitzhacke abbauen. Wie schnell wir diesen Raum vergrößert haben. Echt übel. Niemand kann das dagegen tun. So. Auch ich, indem ich es mit einer Schaufel wegmache. Egal. Ich hacke das mit meiner Spitzhacke. Ich mach mal hier so. Das ist meine Reinverschwendung. Ein Teil dieser Minereien gehört auch mir. Das ist mir völlig egal, du. Beschwer dich doch. Das Anzeige erst dann. Au. Jetzt aber in der Seite... Ja, ist egal, wo in welcher Seite wir weiterbauen, das ist völlig wurscht. Ihr habt recht. Das mit dem Schnitzel. Nimm das mit dem Schnitzel. Das ist bei mir ein Herz. Ich mag es, wenn du im Herz schlägst. Oh, auf den Po? Uh. Okay. Auf den Popo. Das gefällt dir, Rio. Der Block war fail von dir. So, ich hab keinen Block in der Hand. Ach, ihr macht noch weiter in die Richtung. Okay. Wir müssen nicht überlegen, wo wir die Wasserkrämme jetzt herziehen. Dann so langsam. Ja, was für eine... Boah, ist das cool. Ich weiß nicht, was wir denn haben. Ja, das weiß ich nicht. Ich weiß nicht. Man könnte das natürlich jetzt alles schön bauen und berechnen, aber man könnte einfach drauf losbauen. Ich weiß irgendwie... Normalerweise, das geht ja nur mit 144 Feldern und hast du nicht gesehen. Also, zwölf mal zwölf irgendwas. Aber das ist doch Wayne. Hier ist ein Gang. Ja, ja, der hab ich grad schon halb zugemacht. Ja, aber ich... Ein Lechtkriegergang. Da vorne ist doch bestimmt... Ja. Hab ich... Nein, hab ich natürlich nicht. Nee, der muss... Falsch. Der muss so zwei tief bauen, weil ich dahinter wahrscheinlich ein Wassergramm reinbauen muss. Also, wie ich sehe, ist das jetzt richtig. Ich hab nur einen Wasser-Eimer dabei, ja? Also, nur meinen. Kann ich schnell einen holen. Nee, ich mach meinen jetzt hier irgendwo... Wir waren doch grad irgendwo und da gab's noch Wasser, oder? Super, hier war genau ein Loch drunter, wo ich das Wasser reingeflossen habe. Supi. So. Sind noch alle hier? Ja. Ich geh mal kurz nach oben und hol mal eben Wasser. Ihr könnt ja noch... Man baut nicht mal in eine Richtung weiter, macht man in eine andere Richtung, oder was? Das ist... Ich bin ja gerade wieder am Books of Unwritten Tales spielen, also... Oh, gutes Spiel. Ja. Einfach nur geil. Ich bin jetzt fast so weit, dass das Vieh das erste Mal auftaucht. Oh. Ja, hier, ähm, weil von wegen das Vieh, ne? Alle sagen bei mir, oh, das Vieh ist voll langweilig. Ich will den Nate zurück. Ich stehe voll auf den Nate. Nate ist auch geil. Nate ist einfach nur... Wer ist Nate? Ist das der, mit dem du auf dem Schiff da am Anfang warst? Ja. Okay. Der verpeilte Kerl, ja. Der, der gesprochen wird von Dietmar Wunder. Eine Let's Play... Ach, eine Let's Play. Eine Synchronisationsbombe. Einfach nur... Ah, der ist einfach nur geil. Muss man den... Egal. Muss man den kennen? Dietmar Wunder, hallo? Der spricht Adam Sandler und den neuen Tim Spont. Also Danny Craig. Hallo, den muss man kennen. Sowas weiß nur Lucantra, ich weiß es gar nicht. Ich kenne die meisten Schauspieler nicht, weil es mit Namen. Macht ja nichts. Ey, war das nicht der? Dieser eine da, der in dem und dem Film mitkriegt... Genau so mache ich das immer. Das ist wie wenn wir sagen, du, ich habe ein schönes Auto gesehen. Was für eins. Ein rotes. Oder so. Ja. Mit Autos kenne ich mich auch nicht aus. Oh, wie kennst du dich aus? Ich bin Gamer. Ich. Ich bin Gamer. Ich kenne mich aus mit nicht duschen. Ja, natürlich. Gamer Wütze werden niemals alt. Genau. Aber das ist auch echt so, weißt du? Wir sind jetzt hier in unsere lustige WG gezogen und hier steht nichts. Wirklich nichts. Aber wir haben eine Küche, was zum Essen, wir haben was zum Schlafen, zwei Matratzen am Boden und unsere Rechner. Das steht. Der Rest ist egal. Ja. Typisches Gamer-Klischee. So wisst ihr jetzt, wie ihr jetzt Wassergräben bauen müsst, wisst ihr, ne? Nein. Also hier müssen mindestens zwei Tief sein, weil sonst kommen die Mops wieder raus. Ja. Also ihr braucht irgendwie auch ein Eimer. Ich weiß nicht, ob hier unten noch Eisen zufällig ist. Ich hab nur noch, ich hab noch zwei Eisenbarren in der Hand. Da, du brauchst drei für ein Eimer. Hier sind noch zwei drin. Ich tu dir gleich mal in die Kiste. Ich hab auch noch welche müssen, welche die. Ja, zwei Stück. Ich tu die mal in die Kiste hier rein, da. Zwei Stück. Also ein Eimer ist nicht ganz verkehrt so. Müssen wir hier nicht alles zubauen, sodass nachher... Ja, die Löcher müssen wir hinterher zubauen, genau. Das können wir jetzt auch gerade mal machen. Die Löcher, die wir am Rand haben, machen wir einfach zu. Ihr wolltet eine Monsterfalle, ihr bekommt eine Monsterfalle. Das geht hier bei uns ganz fix. He has got an Eimer. So, ist noch mehr Löcher, oder wo? Ne, ne? Das ist alles gut. Wieso sieht das hier umso schattig aus? Egal. So, dann müssten wir... Theoretisch sollte der Raum relativ vierkig sein, sonst wäre es uncool. Aber... Ja? Haben wir eh nicht hingekriegt. Ist jetzt ein bisschen rechteckig, ne? Ähm... Ja. Kann er hier hinten nochmal anfangen? Ja, mach mal ein bisschen. Und dann müsst ihr halt sehen, dass wir... So Spawning-Areas kriegen, die 7x7 groß sind ungefähr, weil so weit fließt das Wasser. Oh Mädels, ich will mein World-Edit. Gib mir World-Edit. Du machst jetzt da noch weiter? Okay, ich mach mal... Wenn ich jetzt hier runterbuddel mich zwei... Und deswegen zwei tief, weil sonst fallen die Mops da rein. Und wenn es nur ein tief ist, ähm... Fallen die zwar auch da rein. Aber kommt wieder raus. Die Schlinge. Wenn sie es wagen. Ihr könnt dann gleich erst mal anfangen, rundherum einen graben, zweimal zwei tief auszuheben. Weil außenrum brauchen wir auf jeden Fall Wasser. Oder Rio siehst du... Rundherum einen graben, oder was? Oder Rio siehst du das anders? Ne, ne? Rundherum brauchen wir ein Wasser. Ja, da fallen dann die Mops rein. Also ich mach das immer mit rundherum. Das haben wir noch bis dahin noch nie gemacht, aber kann man schon machen. So, ich hau dir Lucantra jetzt nicht den Boden unter ihren Füßen weg. Wäre gemein. Wie weit wolltest du nur rein, Lucantra? Keine Ahnung, ich hab nur die Kohle gesehen. Achso. Das ist die Kohle! Yeah, shoppen! Die Kohle, die Kohle! Da hat Lucantra jetzt die Kohle und dann geht es erstmal Schuhe shoppen. Oder so. Hier vorne natürlich, bei der Treppe müssen wir natürlich... Machst du doch grad die Treppe kaputt? Ne. Achso. Ja, bei der Treppe müssen wir gucken, wie wir das machen, weil die wollen wir eigentlich irgendwie noch behalten. Oder zumindest müssen wir irgendwie da rauskommen. Aua, hau mich nicht. Das ist ne Goldrüstung an? Ja! Der goldene Krieger. Du weißt aber, dass sie... Oh. Ich bin der goldene Krieger. Dass sie nichts aushält. Ich weiß. Aber es knifft auch. Ich dachte, ihr hattet alle ne Rüstung an, da mach ich mir auch eine. Da hab ich mir gedacht, weil, äh... Ne? Warum auch nicht? Ich nehm keine an. Ja. Wir beschützen die Frauen schon. Die Frauen brauchen keine Rüstung. Ähm. Genau, wir beschützen die Frauen. Richtig. Wir beschützen die Frau. Wovor? Oh, böse Viechern. Naja, mach mal die ganzen Fackeln weg hier. Dann siehst du, dann weißt du wovor. Ich muss nochmal nach oben. Kommt schon, klar. Was willst du denn oben? Ich will Zacken holen. Mach dir doch hier unten einen, oder? Bring Eisen mit. Habt ihr Eisen? Ne, ne, aber bring welches mit. Ich hab noch mal eine Diamant-Spitzung. Hau ich damit zu. Ich hab ja vorhin 20 Diamanten gefunden. Da kann ich auch mal ein paar bisschen was verbrauchen. Die sind neun Eisen. Was ist denn hier schon wieder für ein Loch? Oh. Hast du nicht gesagt, zwei Tee? Uah. Hm. Na gut. Ich dachte schon, ich hätte jetzt hier was falsch gemacht. Hm, hm. Not. Not, not, not. Not. Notch! Notch. Notch? Da geht's runter. Das ist nicht nett. Da unten haben wir schon mal nach irgendwas gesucht. Und habt ihr was gefunden? Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wer das war. Vielleicht weiß ich, vielleicht nicht. Schätze. Gold-Dukaten. Oder so. Oder vielleicht Esel, die Dukaten kacken. Ich weiß ja nicht, was man da unten so findet. Ne, ganz die, äh, goldene Eier legt. Ei, ei, ei. Ja. Mensch. Ei, der da aus. Der Tag der flachen Witze ist heute, glaube ich. Ne, aber der Stille. Der schlechten Witze. Der schlechten, der schlechten Witze. Die Tage der schlechten Witze sind hier immer. So, wie kommen wir jetzt wieder raus? Wir beide gar nicht. Nee, wir sind in den Eisen. Monstern. Monstern. Ja, Entschuldigung. Komm, wir haben einen Razamon gefangen. Der ist schon wieder ausgebrochen. So. Der Razamon findet man vorzugsweise in Höhlen. Ist das so? Es tarnt sich durch eine goldene Rüstung. Ja, Entschuldigung. Ja, Entschuldigung. Ja, Entschuldigung.